Ich bin schon wieder tot. Warte mal, wie leicht ich am Dauer sterben will. Wieso schon wieder soll erregend Level 7 auf mich? Okay, ich versuch mal. Ja! Als ich's gucken, wieviel das Vieh aushält, kannst du trotzdem. Nein, 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 nein! Okay, ich komm' ich früh genug noch. Hauf ich einfach mal. Ich hab den Vieh unbewusst Damage gemacht, ist das nicht toll? Ja, das ist praktisch. Ich gleich nach. Also, Schleim, 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 du musst jetzt sterben. Tut mir leid. Ich mag niemand, deshalb musst du sterben. Ich hab keine Zeit nachzugucken. Na, Zeit eigentlich schon. Ja, aber wir haben kein Lebenswasser mehr, wenn du's vergessen hast. Ich bin die Einzige, die wiederbeleben kann. Ja. Ja. Und eventuell sollte ich mal wieder anfangen mit Baum, was das Zeug halt drauf zu donnern. Auch wenn's keinen Schaden macht, einfach mal drauf zu donnern. Ja. Einfach, dass das Vieh im Dauerfokus ist und du jetzt Zeit hast, mit Heilung aufzuhauen. Nein! 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 Tut so! Tut so! Tut so! Tut so! Tut so! Carsten! Okay, okay. Ich bin schon dabei. Okay. Gegenstand eingesetzt. Du hast es so erlebt, oder? Ja, ich bin noch. Gut. Mal wieder ins Dauer-Casten rein. Da 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 da. Ah, jetzt ist so geschratzt. Ja, super. Im richtigen Moment. Und zu mir davor, kapiert er die letzte Magie, die wir eingesetzt haben. Weil wenn dann so ist, dann will ich einfach Neuaufsparzimmer nach Ost. Ja. Dann würdest du was? Dann würde ich auch Spaß mal ausprobieren, ob der wirklich das kopiert, was wir als letztes eingesetzt haben. Wenn ja, dann können wir ihn ziemlich abschwächen. Wenn nicht, dann nicht. Aber werden wir dann sehen. Ah, stimmt. Ich bin ja auch auf Baum. Er macht so bei Level 7. Hm. Scheiße. Okay. 5.000 hat das Vieh. Eine Heilung. Und danach kannst du jetzt eine Nuss verpassen. Oder ich versuche es währenddessen noch. Hä? ich weiß auch wer das ist das sieht gut aus ich muss jetzt ganz schnell auf Noctur weiter ok Noctur du bist dran ok ich muss eindeutig jetzt erstmal den Raum rein ok haut das ja das haut rein gut da Noctur ein bisschen drin wird das vier mal fetter ja das wird so fett den kompletten bildschirm ausfüllt sagt habe ich doch schon beim anderen vier zählt das ist aber nicht weil wir schnell genug besiegt haben warum braucht man dem sie hilft das abziehen nix halt noch mal bitte Noctur 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 wenn ich will die auch der match gemacht hat gesehen ja habe ich gesehen aber mittlerweile ich liebe schwarze magie glaubst du das jetzt ja nun bin ich oder ich darf ein bisschen trainiert habe mhm ok tot hat hier hat das tot deshalb konnte ich auch nicht mehr zaubern Hauku Lammmatsch Monsterfeest tot und weiter geht okay dann wir gleich weiter oder erst mal raus hier wir brauchen mal 100 funktioniert hier nicht gut so ist es mir wieder funktioniert der verdammte glaubten ok landers weiter genau das ist mir schassiger gut und hat keiner von uns mehr sterben verstanden was gelegt was ist man muss hat kann hat keiner von uns mehr sterben leckst immer noch die leck nix was nicht auch mehr dummer hält kommen hinterher genau heilen in der runde jetzt ist baum tot wieso heißt es auch nur mich und beide wir hätten doch laufen sollen raus hier das hätten wir wenigstens noch überleben können man kann sie so gern so leicht ergern wenn man einfach das sagt was sie tun muss und jetzt noch richtig drauf laufen hallo so kann nichts funktionieren so jetzt wasser ich hinüber bin und das schon ziemlich lange kein schaden sieht mir mehr nach rätsel aus gegner die töten dich so was von genau ja ich kann was ich hier machen hier weg das ist nicht witzig mir fällt gerade auf du könntest uns mit wieder erleben ja aber nicht jetzt gut dann stirbt ihr mir wieder ja du stirbst auch wenn du direkt gegen die gegner läufst hat die knappe vielleicht wenn die mir im weg stehen und ihr mir auch moment können wir die nicht im weg stehen und man läuft einfach an der seite vorbei und nicht gegen sie gegen Ich bin an der seite gelaufen du wärst gar an der seite gelaufen heißt es WUAUUUUUUUUUH Ich will die stärkere Variante oder die schwache Variante Mir ist es schon egal, dass wir so weggehen gut gut ja jetzt fängt es so ein bisschen an zu legen Ich gehe leckte gerade gar nicht. Also, chill. Gut. Und da dann. Oh. Die Smartfaser ist irgendwie total lustig, wenn man muss sehen, Herr. Nein! Nein! Jetzt weißt du, wie es mir erging. Komm mal, ich versuch was, wofür du mich hassen willst, okay? Hm, kommt drauf an. Ja! Also, ich bin da, ja. Gut. Gut, Weg zurücklaufen oder wieder den Weg zu den Monstern? Zu den Monstern. Ja. Okay, da